sowas unmenschlich keine ehre keine ehre ist halt so ich sag's wie es ist ja ich sag's ich sag's wie es ist aber das ist so unterste schublade ja das schon unterm teppich und wir haben nämlich die aufgaben ein geist foto salz und bewegung strom ist im keller link link ist mein zweiter vorname gleich nach christopher robin hallo mark wir sind wieder da mark walker wunderschön mark gibt mir ein zeichen wo bist du mark wo bist du gib mir ein zeichen mark bist du in der garage mark walker bist du hier mark walker mark 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 walker hier ist der spiegel sonst mark mark walker mark 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 walker gibt mir ein zeichen wo bist du mark mark bist du hier ist in der garage im keller ich hab's gewusst ich hab in den spiegel geguckt und hast du dich erschrocken als du dich gesehen hast wo hab ich die box hingeschmissen ja hast du dich erschrocken als du dich gesehen hast hier unten aha aha minus temperatur mark walker mark walker ja das ist ja jetzt ein bisschen dope ne wir gehen die ganze kacke da rein holen weil ich immer noch keine bauchtasche habe wo packe ich die kamera eine packen wir hier nach da oder und hier nach da das wäre vielleicht ja gut da ist jetzt die stange ne da besser das gefällt mir nicht so ja das ist doch schick keine fingerabdrücke in diesem haus da ist umweltverschmutzung du stehst voll im weg nein nein tue ich nicht marki 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 baby ich bin wieder da marki marki mark marki mark stark fühlt sich so stark und wieder ab nach oben tötet sie ich hab das gehört hä scheiße du bist ganz schön frech hä du bist frech marki 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 mark Was machst du für komische Geräusche? Für die erschrecken, Raffel. Dotzprojektor? Si, Senorita. Also ja, ja, si, Senorita. Jurei oder Oni? Oni. Also wir hatten ja noch Gefriertemperatur. Jurei, Oni. Was hast du denn? Jurei wäre Orbs und Oni wäre genau da drunter. IMF. Weg mit dem Buch. Bin ja keine Leseratte. Der Geist auch nicht. Töte sie, Mark! Töte sie! Buch ist raus. IMF 5 oder Orbs. Oh, es sind die Orbs. So. Und damit haben wir ein Jurei. Okay. So, Zeitbeweise zu sammeln. Eine Kam... Ja, eine Kamera ist noch im Van. Hä? Hier? Oh, der ist ja klein. So, dann einmal den Mirror. Perfekt. Beweise sind Gefriertemperaturen, Dots und Orbs. Nix davon kann ich fotografieren. Bild das noch? Hochschritt. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Wunderbar! Hoganoba! Ja! Er latscht hier rum. Die Sau. Den Knochen habe ich. Was war das? Was war das? Hey, ohne Flachs jetzt mal. Was war das? Hä? Hey, was hat er hier gemacht eben? Oder, wo bist du denn? Na, im Keller. Er hat doch nix geschmissen. Hat er was geschmissen? Wo bist du denn da? Es hat zweimal gepoltert, aber ich habe keine Ahnung, was der geworfen hat. Marc? Wir müssen reden. Was hast du geschmissen? Marc? Ohne Flachs, ich sehe es nicht. Hat er was geschmissen oder was? Marc? Ich weiß nicht. Hä? Marc, zeig dich. Oh, das Kreuz hat gerade gebrannt. Schön. Aber eben erst. Ja, ja. Ganz frisch. Wo willst du hin? Arsch bleib ich hier allein. Er hat über die Tür zugemacht. Warum, der Keller? Da ist er... Das hättest du... Alter! Ganz schön frech. Er hat Licht ausgemacht. ja strom ist aus machst du an wieso hast du so eine angst strom ist aus eindeutig ist die sicherung rausgeknallt war oh ja mark du altes sportsgesicht mark 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 euro wieso kam das schwein von oben ich habe nicht mehr für den geist gekriegt hier nicht mal hier interaktion gar nichts obwohl er hier drauf ist das ist so frech das ist so frech blöde sau die steht da oben deswegen kam deswegen kam der von oben ich bin schon mark 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 du bist so scheiße wie fühlt sich das an du arsch du bist so kacke du miese mistmade dafür schmutz in der hölle wie kann man so ein schwein sein so weit von scheißegal so eine drecksau richtige linke batzelle du alles dreckschwein ich denke noch so wieso konnten der arsch jetzt die treppe runter wenn bin ich tot lauf nach oben und sehe wie du an der tür stehst mark kill ihn töte ihn kill ihn wie kann man so ein schlechter mensch sein du sau du machst das auch immer bei mir dafür schmutz in der hölle ich geh nicht rein du bist richtig ne du bist richtig schwein sowas sowas unmenschlich keine ehre keine ehre ist halt so ich sag's wie es ist ja hallo ich sag's ich sag's wie es ist das sind so unterste schublade ja das schon unterm teppich naja das habe ich von dir gelernt gut ne du musst alles neu kaufen wollte ich nur sagen ja du kannst mich auch mal lecken ne ne so das war eine sehr enttäuschende und verräterische runde fast nur probier auch niemals einer frau irgendwann früher oder später hast du ein messer am rücken ja du tust und machst und jenes und dies und das ne alles damit die bloß survived und dann kommt so was ja du kannst auch mal so drauf gehen ne sowas ist ja sowas von unfair ist ja so gemein das machst du auch immer du Otto hey das ist was für ganz anderes ne ne so ich hoffe ihr habt eine runde Spaß gehabt und seid nicht ganz so enttäuscht von Jasmin die ist halt ein bisschen doof du bist doof du bist drauf gegangen ich hoffe wir sehen uns das nächste mal wieder bis dahin macht's gut ciao 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 ciao